yo youtube was geht ab herzlich willkommen zurück zu dragon's dogma 2 zu let's play dragon's dogma 2 wir haben letzte folge den den schlimmsten kampf hinter uns schlimmsten nicht aber ein strong kampf würde ich mal behaupten hat richtig spaß gemacht das scheiß skelett auseinanderzunehmen ich glaube wir können auch jetzt endlich die toxinium quest abschließen dies ist ein herrlicher anblick die landschaft scheint sich in alle richtungen zu entfalten und ihre geheimnisse dem geduldigen beobachter zu offenbaren diese richtung die statuen deuten ja auch immer in irgendwelche richtungen hier ist ein hier ist ein turm hier geht schon wieder einer ab oder? wo ist mein magier? wo ist mein magier? ist der gestorben? hier geht ihr wer ab ich glaube ich schau kurz wegen den toxinium die können wir gleich beide benutzen zwei stück haben wir scheiße und eins haben wir im lager glaube ich eins haben wir im lager wir können die blöde quest fertig machen oh mein gott glaubt gar nicht was für eine blöde quest hier uns geht einer ab unsere erzmage geht ab lol halt ich bin der beste du musst wirklich überall hin klettern damit dass du alles findest wahnsinn 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 ja das war gut das war richtig gut gg bunker bester mann überhaupt da raucht auch irgendwas ich glaube ich mache wieder tag die quest ich glaube die quest wir haben wir haben die quest eigentlich weil das dritte sind ist bei uns im lager und ich hoffe wir brauchen nicht mehr dafür bis zum morgen das hoffe ich eins müsste eins ist safe im lager ich habe safe eins im lager ich bin hier ist ein rift let's go hier ist ein quest marker guck dir das an aber ich brauche zuerst den erstens mal gerne einen neuen Oder soll ich einen Close-Range-Kämpfer nehmen? Irgendwer, der was tankt, wäre halt cool, aber er hat mal gemacht so viel Damage. Kein Erzmagier? Warum nicht? Das nervig. Dann so, wenn keine Erzmagier hier ist. Okay. Ich kann nicht erinnern, dass wir jetzt eine Kamp-Site brauchen. Lass uns zurück, wenn wir von unseren Arbeitern haben. Würdet ihr mir eventuell bei etwas zur Hand gehen? Ich bin unterwegs zu einem fernen Ziel und würde gerne darum bitten, dass sie mich begleitet und auf der Straße beschützt. Dies ist keine offizielle Anfrage, sondern eine persönliche. Daher fürchte ich, dass ich euch keine große Belohnung anbieten kann. Obgleich ich hoffe, dass ihr dennoch bereit seid, mir zu helfen. Ja, okay. Okay, aber zuerst möchte ich hier reingucken. Ich glaube, hier passiert irgendwas. Ich finde die Schatztröhe schon selber. Oh mein Gott, da drüben ist auch eine Truhe. Habe ich das schon aufgemacht. Irgendwas passiert hier. Wie random, also wie komisch. Wie komisch das einfach in jedem Stock irgendwo eine... Du wirst das nicht vergangen. BUST! Wenn ich jetzt nicht mich heile, wo komme ich raus? Ich wusste, dass ich auf deiner Kraft bekomme, dass ich auf deiner Kraft bekomme. Ich verstehe die einfach so, in den Kommentaren hat mir schon wer geschrieben, dass ich aufpassen soll mit den Lazio-Steinen. Und ich use sie einfach, wie wenn ich tausende davon hätte. Hey, die hat mich einfach genommen und ist abgehauen mit mir. Da muss ich einen Weg geben, um es über zu machen. Aber wie geht es um es zu gehen? Wir können diesen Harpie-Snares-Smoakbeacon in den Einsatz und ein Harpie hier setzen. Die Harpie kann mich doch nicht lenken, oder? Der hat irgendwas gesagt, wir können irgendwas machen um die Harpieren. Aber ich kann ja nicht fliegen mit den Harpieren, oder? Okay. Hier ist eine Truhe. Oh, wie komme ich denn zu dieser Truhe? Der, das ist... ...weird... ...da ist wieder eine andere Truhe. Okay, wie viele Truhen denn? Lass sie versuchen, nicht zu verhindern. Ich mag mich. Ja, greif mich. Okay, es ist schlecht. Ich schliefe mich an, das ist nicht gut. Das war aber nicht die, oder? Hier war eine oben, da werde ich aber nicht drauf kommen. Schätze ich mal. Ne, ob soll ich hier drauf kommen? Das finde ich doof. Also die eine Truhe, die, I don't know, riecht da hier. Nee, was? Hätte ich den Drachen abschießen können, damit wahrscheinlich. ... ... ... Ich hab ja wirklich ausgelassen. Stirrup. Rennen. Okay, lass mal hier rüber gehen. 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 war das hier jetzt oder? hier links oben war es doch wo ist sie? ach sie kommen uns eh nach sehr schön ne lasst uns zuerst noch hier oben gucken hier war das irgendwo oder? dieser berg hier drüben das ist jetzt so ein Ding natürlich mit der da drüberspringen hier schläft einer ich will nur rauf kurz die kiste holen wenns geht das ist nicht hier Die drüben ist sie. Das ist so dumm. Jetzt habe ich glaube ich keine Vassalen mehr, oder? Die sind alle hier gestorben, weil sie nicht übers Wasser gekommen sind. Ehrlich jetzt? Das ist so scheiße man. Das ist wirklich doof. Du hast meine Schutz. Das ist doof. Das ist richtig doof gerade gelaufen. Wie komme ich denn da hier hoch? Leute, sagt mal. Hier kommt man gar nicht hoch. Ich habe meine Vassalen verloren, weil ich übers Wasser gesprungen bin. Hier nach oben. Ich glaube ich muss wirklich mit so einer Harpier fliegen. Aber wie greifen die denn ein? Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. das ist ja wirklich dumm das ist wirklich blöd wo sind meine zwei anderen Vasallen wo ist Rauni deswegen ist der ja schon tot blöd blöd aber ist so steht ihr da drüben noch? ne ok wir sind Rift Rauni und noch einer anheuern sehr schön jetzt gehts weiter ok ist ja ist jetzt nicht so schlecht ich muss nur hier rüber irgendwo wieder hier wir ballern hier rüber alle ok sehr gut die kommt jetzt nicht und jetzt bringen wir sie zu dem Treffpunkt würde ich mal sagen wo ist der eigentlich genau wo bin ich das ist schon ein Stück das ist ein richtiges Stück dann dann können wir auch weiter erkunden also können wir einfach mitziehen sozusagen was war das sammelt das auch goldener Käfig bin einfach drüber gelaufen oh mein gott also grund Und? Hä? Hallo? Alter! Die Videosequenz einfach, die macht so Wette wegen dem. Alter, sie klettert beim Verbrauch. Die Klambe 2. Die Klambe 2. Die Klambe 2. Die Klambe 2. Sehr schön. Diese Musik, wenn du es schaffst, dann packst du. So geil. So, der Typ. Alter, er dreht einfach komplett am Rad. Das ist so schlimm. Was ist hier? Hier ist Schlamm. Ich wager, hier müsse ich hier gefunden werden. Lass uns nachdenken, wie gut es geht. Was ist dieses Rufzeichen hier? Es ist ein Humor. Goblins kommt! Ah! Ah! Okay, die ganzen Truhen. Sehr schön. Das Erkunden vom Gebiet macht wirklich Spaß. Unsere Hoffnung ist ein Feind in sich selbst. Lasst uns stattdessen, um sich zu verbessern, mit jeder Behandlung zu verbessern. Ich werde dich schützen. Das ist die Frage halt, wie komme ich hier denn raus? Das ist wirklich schwierig. Diese versteckten Chests. Oh! Ich hätte nicht gedacht, dass wir einen hier finden würden. Unsere Kollektion wächst. Interessant. Ich werde meinen eigenen Master darüber informieren. Das ist alles. Wahnsinn! Wie soll ich denn... Ich muss wirklich... Ist das ernst, dass die das mit den Harpeern... Soll ich das machen? Wie grabben mich die denn? Also wie soll ich checken? Das verstehe ich nicht. Wie soll ich denn da rüber kommen sonst? Wie soll ich denn da rüber kommen? Ich weiß nicht, was wir finden. Aber es könnte sein, was wichtig sein. Und die Statuen, die zeigen ja einem was. Oh, sie hat's geregelt. Los! Los! Was machst du hier? Mach die Truhe auf! Let's go! So! Alles klar. Was für ein scheiß Trick. Ich gebe mich auf die Fläche. Ich bin so, wir sehen uns nicht mehr. Ich bin so, wir sehen uns interessiert. Ich bin so, wir sehen uns, dass sie sich nicht mehr im Kopf auf dich. Zu denen reinhorns merken. Du willst uns das nicht mehr. Wenn du diesen Weg bist! Du kannst uns, wir sehen uns auf dich! Ja! Dann ziehst du dich auf! Nein! Du hast dich! Hier geht es runter. Und hier waren wir dann schon. Ah, guck! Eine Höhle! Rotte des Schreckens! Wie kämpfen die da draußen? Liefen wir uns miteinander. Wo ist das Ding? Okay. Was ist das? Okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts anscheinend. Sie war sogar da oben. Wo sind die Wände? Er ist mir nachgesprungen. Lol. Hier oben ist ja safe was. Wo muss ich dann außen oben rum? Gibt's das? Okay. 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 Ja, dann lasst uns in der nächsten Folge weiterkommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs zugucken. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, liked es, kommentiert es, lasst gerne kostenlos ab auf den Kanal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. 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 Wir sehen uns in der nächsten Folge.